Moin hier bei Galooten. Neue Runde, neues Glück. Stanley Parabel, Folge 7. Ich fühle mich wie frisch aus deinem Ei gepäht, als wäre ich niemals in so einem Raum gelandet, wo ich mich umbringe oder so. Das ist neu. Huch! Die sind ja fast überall an. Input Receipt Nummer 2. Ach! Ach, du ahnst es nicht. Was und so? What? Okay, die Computer machen mir Angst. Ich bin manchmal ein bisschen ängstlich. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Also ich bin eigentlich voll der harte Macker-Typ und gar nicht ängstlich, aber... Wenn Stanley kam zu einem Set of two open doors, he entered the door on his left. Hmm. Nope! This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. So, was hat er jetzt? He was grand, majestic, perhaps too majestic. Like a combination of a much smaller version and a much larger version of this exact room. It all made Stanley uncomfortable, and he started to bleed a little. What? Ähm, ich blute nicht. Mir geht's gut. Dankeschön. Danke der Nachfrage. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Ja, ich würde jetzt auch gerne herausfinden, wie... wo die sind, so. Hier hatten wir doch eigentlich schon alles gemacht, oder? Oder... Wir hatten vorhin noch eine andere Möglichkeit. Also vorhin, also am Wochenende. Am Freitag. Ja, ich bin nicht deinem Mann, wirklich. Ich bin nicht deinem Mann. Ich bin nicht deinem Mann. Ich weiß, dass investieren in dein Vertrauen in jemanden kann sein, aber das ist, dass die Geschichte nicht nur du, aber du, all diese Zeit. Das ist jemanden, du hast du negativt, Stanley. Das ist jemanden, du hast du vergessen. Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Du hast keine Ahnung für andere? Du bist so überzeugt, dass ich etwas Schlimmer für dich? Ich weiß nicht, wie ich dich überzeugen soll, aber ich möchte wirklich helfen, um zu zeigen, etwas schönes zu zeigen. Ich zeige mir das. Ich zeige mir, dass ich auf deinem Seite bin. Gib mir eine Chance. Jetzt, hör bitte. Das ist wichtig. Stanley walked through the red door. Ah, vielleicht schon misunderstood. Stanley walked through the red door. Ich glaube, ich glaube, wir kommunizieren gut. Stanley walked through the red door. Alright, fine, go ahead, Stanley. You wanna know so badly, what's out there? You wanna find out, what lies at the end of this road? You've chosen world. Don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you wanted? Was it worth reading the entire story I'd written out specifically for you? I do not think I put a lot of time into that, because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design, and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Hey, hey. Das hab' mir nicht ausprobiert. Hö! Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Okay, so we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. Orange. I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it. So let's keep this party train rowing. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take it. I'd have actually thought, er sagt irgendwie was von wegen... Na, is that just netter here? Er sagt irgendwie was von wegen... Ach, jetzt gehst du durch die linke Tür? Okay. Bin ich wieder ganz unten, oder ist das nochmal was Nettes? Jetzt. Hm, natürlich nicht. Schon wieder hier. Ich hätte eigentlich gedacht, da passiert nochmal was anderes jetzt. Schade. Schade. In this game, the baby crawls left, towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about four hours. Blume. So why don't you give it four hours of play to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. Blume. 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 Wenn ich da ganz oft drauf drücke Es nervt Das passiert Und es wird nicht besser Im Gegenteil Es wird jedes Mal ein wenig nerviger Haha Nur ein bisschen anrüsten Ich mag es noch von innen ein bisschen rosig Bin ja so der englische So englisch Steak-Esser Nur ein bisschen anrüsten Von beiden Seiten Puh hier die Windel ab So ein paar Nahtoderfahrungen sind doch auch nicht schlecht Prägen ja fürs Leben Bekanntlich habe ich gehört Lernen durch Schmerz Durch Versuch und Irrtum ist auch eine Möglichkeit Irrtum lernt man häufig Ich will mich mit umbringen Ich hasse Kinder Ey Vielleicht kriegen wir jetzt mal andere Sachen Das wäre auch ganz cool Bitte nicht wieder Minecraft Bitte nicht Bitte nicht Ich habe früher Minecraft gespielt Aber das war War doch klar Genau mach Sachen Es ist halt schon interessant Eben weil der Typ halt wirklich so viel redet Ist es für eine Moderation ein wenig schwierig Weil wo hat man die Möglichkeit Da mal wirklich Ihm mal rein zu reden Ich wollte schon rein Verdammt Minecraft auch mal so gut laufen würde Ja komm rein Sollen wir wirklich Ja natürlich Wir kennen doch Wir wissen doch wie es jetzt weiter geht Warte ich hätte eigentlich gehofft Dass das noch so ein bisschen Bitte Ich verstehe nicht Minecraft funktioniert ja so Warum haben die das nicht mal umprogrammiert Und warum muss das auf Java immer noch laufen Ich habe eine Spinne gehört Ich habe eine Spinne gehört Eine Pinne Eine Pinne Ah Yes I don't even know what this game is But I love it Oh You trapped in a glass box With no way out Listening to me talk Oh it's inspired I couldn't have done it any better myself What is this game even supposed to be Hey Hey Irgendwie schiebt sich das immer vor Komms mit Ja komm Das Radio ist drin Nein Bleib hier Fuck Ich würde das Radio eigentlich mitgenommen haben Verdammt So Jetzt gehen wir mal woanders hin Letztes Mal sind wir da runtergeplumpst Das machen wir diesmal nicht Okay Hier würde ich auch runterplumpsen Es kann doch nicht sein Dass ich hier jetzt überall gleich runterfallen würde Oder Ach verdammt Ja und ich bin jedes Mal an der gleichen Stelle Toll Letztes Mal sind wir hier lang Ne Oder führen hier alle Wege nach Rom Kann das angehen Dass es überall das gleiche ist Dass wir immer an diesem Genau an dem einen Ende hier rauskommen Ja ich befürchte schon Genau einmal an diesem Licht vorbei Hier hinten dann jetzt ein bisschen wild rumklicken Und wieder zurücklaufen Hallo Okay geklickt Wieder zurück Und Ende I wonder what he found If what he wanted Was to be the leading man In his own story Well perhaps he's gotten it Down in Wherever he is right now I wonder if he's happy With his choice And if he's learned The heavy cost That comes with it He'll understand soon What I was trying to tell him He needs me Someone who will wrap Everything up at the end To make sense Out of the chaos And the fear And the confusion That's who I am That is what I mean To this world Oh yes Yes I'll be back There's no other way Once this ends After it all comes to a close Then I'll be back The end will be here soon Very soon I can wait Das macht's halt echt So ein bisschen creepy So bald Sehr bald Ich kann warten Schon geil Ich hatte ein Video gesehen Oder nicht gesehen Aber es wurde mir halt vorgeschlagen Dauert irgendwie 40 Minuten Und ein paar Sekunden Wo es halt hieß So alle Easter Eggs Beziehungsweise alle Special Szenen Irgendwie war es jetzt die Frage Sind jetzt alle Szenen damit Das ist neu Das ist neu Wieder neue Dinge Neues Büro Das ging schnell Das ging schnell Ich möchte Ja Ja Und 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 hier war es Die Lounge Was ein Raum Stanley dachte Was ein Raum Was ein Raum Was ein Raum Das ist was Stanley thought Was ein Raum 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 Geil Ich stelle mir echt vor Irgendwann Archiven Für 20 Mal Oder 50 Mal Durchgelaufen Doch heute schon Genutzt Nö Da gibt es nämlich noch eine Ecke Die ich mir noch nicht angeguckt habe Die will ich mir mal angucken Da war ich nämlich noch gar nicht Vielleicht wisst ihr auch Welcher das war Ich glaube das war in der ersten Zweiten Dritten Folge Irgendwie so in dem Dreh Ja kennen wir doch schon Habt ihr auf die PCs Ne es gab gar keine PCs Dieses Mal Oder Ist es nicht Hier ist es Das weiß ich nicht Ja klar Natürlich Ich habe auch nichts anderes zu tun Außer hier auf dich zu warten Ich brauche früh ist wieder Arbeit Aber ach Quatsch Komm Die Folge ist auch schon länger Dankeschön Sehr gut Nein fuck Ich habe mich verlaufen Hier wollte ich gar nicht landen Scheiße Kacke Hier wollte ich nicht hin Oh nein Jetzt bin ich wieder In so einer fucking Schleife gefangen Oh nein Hier wollte ich nicht hin Ich wollte ganz woanders Scheiße Ich hätte zum Boss gemusst Der Memo Wundert mich Ich hätte gedacht Dass wir eigentlich nochmal den finden Wo wir mehrere War ich das Da flog Das ist mir noch nie passiert Ach Du ahnst es nicht Ach shit Jetzt haben wir wieder diese Schleife Diese Story Schleife Ich wollte ihn nicht hin Wir halten uns mal links Das war mir klar Jo Ach verdammt Aber wir gehen mal hier hin Hier schön hell Das hier Kommt mir auch bekannt vor Nein Shit Nein Ach verdammt Hier wollte ich gar nicht hin Das heißt ich werde das gleich nochmal Ach Ich werde das nochmal starten müssen Alles klar liebe Leute Vielen lieben Dank fürs Zusehen Ähm Ja Hab das ja schon mitbekommen Ich versuche halt die Folgen Jetzt nicht mehr 20 bis 25 Minuten Zu machen Sondern 15 bis 20 Minuten Um das auch quasi mit meiner Zeit So ein bisschen besser hinzukriegen Und Mit den Uploads Und das ist tatsächlich So ein bisschen eine andere Sache Aber dieses Spiel ist auch recht entspannt Was die Moderation betrifft Weil Ich kann halt ganz auf die Klappe halten Wer weiß Vielleicht mögt ihr das ja sogar Ha Bestimmt nicht Alles klar Bis morgen Winkel winkel Tschüss